ist klar ja da wird schon abgeräumt macht da alle langsam ne bruno hau mir mit dem kissen nicht ab ich weiß sie sind ja alle immer so was von meine schönen kissen hier so ich weiß ja was drin ist nicht weiß ja was drin ist habt ihr schon ein schüssel mit wasser vorbereitet kann ich das trockenfutter nicht direkt einweichen ich suche hier gerade die schere ja kinder ja 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 ganz tolles paket von der lieben edith aus hamburg 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 verflixt jawollo hamburg nicht in das hier ja ich mache ja auch du dein näßchen weg ne ja ich weiß du beaufsichtigst alles du bist ein scho mädchen ne na sie weg kleine maus so babys schere weg ne ja schnuggi 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 ja ne ja da ist feines für euch bei weiß ich ne stelle macht das alles schon für euch ne die packt schon alles aus ne kleine maus ja ja und jetzt kommst du nicht weiter muss man mir doch helfen ja 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 ja